ja hallo und herzlich willkommen zu grarian sky 2 ja mir ist vorhin aufgefallen wo ich angefangen bin aufzunehmen der ist ein bisschen am stottern gewesen habe ich aber schnell hoffentlich behoben ja ich habe einfach nur gesagt wir müssen ich habe durch dieses ziel sprig die ich da vorne bekommen habe die ich hier gebraten habe sechs stück von bekommen wir brauchen zehn stück ich habe mir jetzt überlegt dass wir uns ein pulver razor bauen weil der pulver razor ist enorm einfacher wie die anderen sachen und um nicht so viele ressourcen zu verschwenden habe ich mir überlegt ja dann nehmen wir doch am besten tinkers construct ja wir sind der letzte folge gut mit angefangen es findet so noch ein paar sachen aber das kriegen wir schnell hin so so damit es sich auch wenigstens lohnen tot und weiter geht's das geht noch ein kex move move so besser ja wie findet ihr bis jetzt das projekt komme ich gut voran komme ich nicht gut voran was kann ich besser machen ja es liegt in eurer hand ihr könnt mir gerne tipps geben feedbacks geben oder 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 und natürlich werde ich es mit berücksichtigen berücksichtigen so wir haben jetzt acht mal clay das haue ich jetzt mal eben klein so wo haben wir da ist meine angst ach das geht ja so gar nicht dann mache ich da jetzt noch ein bisschen wir brauchen ja doch wir brauchen noch ein a punkt punkt voll clay glaube ich habe alles ja ich habe alles so gravel sand und dick ist 46 stück ja das ist schon mal okay das müsste reichen was macht meine lava hier nehmen wir noch mal eine lava um noch so netherrack zu machen klein hauen wir brauchen für den grindstone brauchen wir ja ist das noch mal zertus quarts ich glaube zertus quarts hier und das bekommen wir nur wenn wir sind sieben vielleicht mache ich gleich noch eben eine kurze pause und hole mir ja doch ich hole mir jetzt eben hier noch mal drei stecks und dann mache ich noch mal eine kurze pause weil ich möchte wie gesagt euch nicht die ganze zeit beim farmen oder mich besser gesagt beim farmen zeigen in der zeit kann es ja brennen also meine briggs brennen so kam 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 ok macht eben noch mal heile das kennen wir ja schon so wo ist die andere habe ich jetzt kein flint hier darf doch wohl die wahr sein doch wo es flint hier habe ich flint nehme ich einfach mal komplett mit zwei halte ich hier zur sicherheit fest für den pulver razor und auch reparieren ja es ist wirklich tausendmal besser wenn ich das so mache ihr seht ihr dass ich die jetzt hier schon klicke 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 sobald ich ein transport transport not transport not ja ich glaube das heißt so habe brauchen wir dieses gerät ja nicht mehr er soll mich er soll mich jetzt einfach gut unterstützen und das tut es ja auch wo ist das so nein was mache ich so 64 naja wir sehen uns gleich wieder wenn ich das fertig gesiebt habe besser gesagt ich mache noch mal kurz kurzen einschnitt wenn ich sand habe und dann ja bis gleich und da bin ich wieder hallöle ja ich kann ja meinen derzeit eben schauen okay wir haben ja noch 16 stück kohle rein ich habe die drei stacks okay ein gravel ist mir irgendwie vorhanden gekommen aber das ist ja nicht so schlimm so davon haben wir 10 davon haben wir 10 wie viel haben wir noch hier drin ja das kriegen wir gleich fertig naja dann werde ich die jetzt erstmal schön ja sieben würde ich sagen erst noch eine rohe kartoffel und sieben 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 bis gleich yo 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 da bin ich wieder meine herren okay so viel haben wir nicht bekommen aber schaut mal set es kurz 33 stück dann haben wir hier noch ein bisschen körper bekommen dann haben wir lied bekommen iron aluminium tin und 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 oh mein gott okay jetzt erstmal wieder meine schöne butze hier abreißen ja so ist es wirklich viel besser bevor ich hier wirklich jetzt drei stunden lang wieder nur doof rumstehe das kann ich euch ja nicht antun ich hoffe es stört nicht ich habe auch noch nichts negatives darüber gelesen oder wie auch immer hör auf mit sowas oder wie auch immer so ein bisschen noch was zu fressen einsammeln wir haben noch ich schaue auf meine uhr sieben minuten ja wir machen acht raus nur weil ihr es seid so das haue ich klein das haue ich klein die dinger räume ich hier schon mal rein ah das machen wir gleich moment ich wollte ja gucken wie weit das mit tinkers construct ist wir wollen ja wenigstens eins fertig hier kriegen so 30 stück oh yeah dinkers constructor öffnen ja wir haben schon was fertig und 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 ah fuck doch noch nicht aber jetzt ja man und hier haben wir jetzt diesen gear wo ich oder guide ja gear guide mir egal oh hier habe ich auch noch eine quest fertig ok claim the road ok ja dadurch kriegen wir soy sound ja so läuft es so ganz schnell erstmal hier die sachen reinräumen da kommen wir gleich zu so was ist hier cactus seed ok ok wir haben hier coco beans ok ich habe selbst noch nicht geschaut was für hier alles großartig haben jetzt nehme ich noch schnell die anderen sachen das das haben wir lava nein wir haben keine lava dann hole ich nochmal eben schnell ein bisschen cobblestone weil wir brauchen ja ein bisschen was ok 15 reichen erstmal ok ich kann noch nicht schlafen rein damit so das kann in die kiste rein shit jetzt muss ich doch schlafen ihr seht das ein bisschen heller wie ich oder als ich meine güte immer diese ja richtige aussagen oder wie auch immer so da ist der controller da ist der tank und da sind die anderen sachen ähm wie machen wir das wo habe ich meine pickaxe habe ich die jetzt weggeräumt wo habe ich meine pickaxe hallo wo ist meine pickaxe ah die ist glaube ich noch hier hinten ja da wart ihr so rein damit pickaxe super komm her ja wir brauchen noch drei von denen so dann setze ich den einfach so hin so weg damit ich hoffe es funktioniert auch jetzt so 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 und ah shit das waren die falschen komm schon komm schon ja man wir haben es schon mal soweit geschafft äh ich frage mich gerade nur Tinkas Toys hm scheiße casting table wir brauchen doch noch ein bisschen so wir haben clay haben wir gravel wo ist sand scheiß drauf wir holen uns nur ganz schnell sand wir haben hier so eine schöne kiste ähm so klein hauen komm schon komm schon komm schon ja ich bin immer so riskant und nein wir machen es so komm schon komm schon komm schon und jetzt zack drei nehmen wir halt sechs stück läuft schon und zack komm schon komm schon komm schon beeil dich ich will das noch fertig haben Tinkas Construct wird jetzt noch funktionieren ok das kann da drauf stehen bleiben komm rein damit das brauche ich einmal weil wir brauchen ja noch ach ne brauchen wir nicht so zum ausgießen haben wir schon mal brauchen wir jetzt ein table wir können ja schon mal für den pulver racer pulver racer können wir schon mal bronze brutzeln lassen hier habe ich körper ach da habe ich einen arsch voll körper komm her die lege ich schnell noch auf den tisch ja das muss jetzt ganz schnell laufen so körper habe ich hier aber in die schmelze rein du kommst her der kann hier drauf wo ist das komm schon komm schon komm schon fünf stück ich glaube das reicht für einen tisch nein einer fehlt noch schnell 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 komm schon komm schon komm schon oh man closer gegen die zeit oder die zeit gegen closer so das haben wir auch fertig den stelle ich da jetzt noch schnell hin passt das ja das passt super den lege ich da drauf jetzt brauche ich hier lava komm schon komm schon ah der braucht noch ein bisschen wo sind die ah wir können warte stopp 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 clay bureau und ich sehe schon was ich sehe schon was da oben aluminium bars kommt da rein ich habe doch hier irgendwo noch aluminium gehabt mensch herr nochmal wo ist ok einmal haben wir fertig ah geil jetzt läuft zack zack ein körper irgendwo zwei stück brauchen wir hier du kommst her habe ich hier wir brauchen wir brauchen lava wir brauchen lava ok komm 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 einmal nochmal ein bisschen drücken ok da kam nichts 1 2 3 4 5 6 7 und let's go oh nein 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 meine zeit ist rum komm du gehst da noch rein komm schon ich glaube ich glaube ja das werde ich nach draußen verlegen dann tue ich da lava drunter dann habe ich das die beschleunigung mal 2 oh 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 wie kann man jetzt da zertus quads ich muss ja den grinder bauen davon habe ich noch 6 stück habe ich noch ein clay yep wir verdoppeln es ganz schnell ich werde davon jetzt 2 bauen so 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 und rein damit holz rein brenn 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 komm 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 ja so das funktioniert dann werde ich hier noch einen timer hinsetzen der dann pro tic immer einen rausschmeißt hier drunter ein hopper an der kiste aber das machen wir dann in der nächsten folge ok wir haben hier komm das habe ich euch gesagt das passiert jetzt auch also mache ich das jetzt auch du wärmst da wieder rein wo ist das ja hektik 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 komm komm nein nein wow ja wir haben die erste lava drin juhu das war Tinkers Construct Tinkers Construct funktioniert jetzt schon mal und ich sag nur bleibt sauber bis zur nächsten Folge haut rein ciao ciao